Wer darf eigentlich Bier brauen? Die Antwort kann dich überraschen. Viele denken, dass Bier brauen bloß was für Brauereien und professionelle Brauer ist. In Wahrheit ist ein Bier brauen für den persönlichen Gebrauch in vielen Ländern legal und braucht keine speziellen Lizenzen oder Genehmigungen. Um dein eigenes Bier zu brauen, solltest du erstmal auf jeden Fall lokale Gesetze und Bestimmungen checken. Das ist ganz wichtig. In vielen Fällen musst du aber nur sicherstellen, dass du die zulässige Menge nicht überschreitst. Und das Bier ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt ist. Mit dem richtigen Wissen und einem Einhalten der lokalen Gesetze kannst du das Bier brauen als Hobby genießen, ohne dir um rechtliche Probleme Sorgen zu machen. Aber pass auf jeden Fall auf, dass du nicht mit Haushaltsmitteln irgendein Blendbett zusammenbraust. Wenn dir die Kunst des Bierbrauens nicht nur interessiert, sondern begeistert, so wie ich zum Beispiel, dann warte nicht länger, sondern bewirb dich jetzt auf die Ausbildungsstelle bei uns als Brauer und mach dein Hobby zum Beruf. Deine Zukunft liegt im Brauwesen. Prost!